Stop Loss, Take Profit, Limit und Market Order. In diesem Video erklären wir dir die wichtigsten Order Types beim Kaufen und Traden von Bitcoin und Kryptowährungen. Wenn du auf einer Kryptobörse Bitcoin oder andere Kryptowährungen kaufen willst, dann wirst du in der Eingabemaske auf verschiedene Order Types stoßen. Diese heißen zum Beispiel Limit Order, Market Order, Take Profit oder Stop Loss. Und damit du weißt, welche die für dich richtige ist, gehen wir diese Order Types der Reihe nach durch. Die wohl einfachste und geläufigste ist die Market Order. Wenn du dich dafür entscheidest, ein Asset zum gerade aktuell vorliegenden Marktpreis kaufen zu wollen, dann ist das die richtige Order für dich. Du entscheidest dich hier für Kaufen oder für eine Buy Market Order. Du gibst entweder die Menge des Assets an, hier zum Beispiel mal ein Bitcoin und dann zeigt dir die Order Maske direkt den Wert in Dollar an oder aber du gibst den Wert in Fiat Geld an und die Order Maske zeigt dir dann die Menge des gewünschten Assets hier für 1000 US-Dollar 0,0171 BTC. Dein Account muss natürlich in Höhe dieser Order kapitalisiert sein, sonst kannst du die Order gar nicht erst am Markt platzieren. Du kannst eine Market Order auch dafür nutzen, ein Asset zu verkaufen. In diesem Video bewegen wir uns allerdings am Spotmarkt. Das heißt, du kannst auch nur das verkaufen, was du tatsächlich besitzt. Wenn du Derivate handelst, dann kannst du ein Asset auch verkaufen, das du gar nicht besitzt. Das nennt sich dann Leerverkaufen oder Shorten. Wenn wir hier jetzt also zu Verkaufen wechseln, dann entscheiden wir uns für eine Sell Market Order. Hier heißt es Markt oder im Englischen Market Order. Und genau wie beim Kaufen können wir uns aussuchen, ob wir eine Menge eines Assets verkaufen oder ob wir in Höhe eines Fiat Geldbetrages verkaufen möchten. Die nächste Order Art ist die Limit Order. Mit ihr kann man einen Preis einstellen, von dem man ausgeht, dass er in Zukunft angelaufen wird. So kannst du zum Beispiel angeben, dass du Bitcoin kaufen möchtest, wenn der Preis auf ein bestimmtes Level gefallen ist. Oder du kannst angeben, dass du Bitcoin verkaufen möchtest, wenn der Preis auf ein bestimmtes Level angestiegen ist. Bei einer Buy Limit Order muss der Preis unter dem aktuellen Preis liegen, denn du wirst immer zum Limitpreis oder besser ausgeführt. Bei einer Sell Limit Order muss der Preis immer über dem aktuellen Marktpreis liegen, denn auch hier wirst du zum Limitpreis oder besser ausgeführt. Das heißt, wenn du jetzt hier einen Preis eingibst, der unter dem aktuellen Marktpreis liegt, zum Beispiel 40.000 bei aktuell 58.000, dann würdest du sofort ausgeführt werden, da 58.000 US-Dollar natürlich ein deutlich höherer Erlös als 40.000 US-Dollar sind. Und wenn du kaufen wollen würdest und gibst hier zum Beispiel 75.000 US-Dollar ein als Limit Order, würdest du sofort ausgeführt werden, weil 58.000 US-Dollar aktuell ein deutlich günstigerer Preis als die 75.000 sind. Mit einer Limit Order musst du also nicht permanent am Markt sein, sondern du kannst sie ganz in Ruhe platzieren und sie wird dann scharf geschaltet, wenn der Preis dein Niveau erreicht. Sollte allerdings mal eine Phase mit hoher Volatilität herrschen, dann kann es auch sein, dass deine Limit Order gar nicht ausgefüllt wird oder nur teilweise. Denn wenn der Preis sich mit schneller Geschwindigkeit, mit hoher Geschwindigkeit an dem von dir definierten Limit vorbei bewegt und dann ein anderer Preis gegeben ist, dann wird deine Bedingung ja nicht mehr erfüllt und die Order wird nicht weiter ausgefüllt. Und da Limit-basierte Käufe und Verkäufe nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip ausgefüllt werden, werden die Limit Orders als erste bedient, die auch als erste im Orderbuch eingetragen waren. Möglicherweise hast du auch schon mal vom Stop-Loss oder von der Stop-Loss-Order gehört. Diese Order-Art wird dazu verwendet, um dich vor potenziellen oder vor zu großen Verlusten zu schützen. Starten wir mit der Sell, also verkaufen, mit der Sell-Stop-Loss-Market-Order. Diese brauchst du, wenn du in einem Asset-Long bist, also auf steigende Kurse gesetzt hast. Wenn jetzt der Preis aber auf ein von dir definiertes Ausstiegs-Level fällt, nehmen wir einmal hier 40.000, dann verkaufst du zum gerade vorherrschenden Marktpreis. Wenn jetzt der Markt aber sehr volatil sein sollte und jetzt hier mit Schwung durch die 40.000 US-Dollar durchrauschen sollte, dann kann es auch sein, dass ein Teil deiner Order in Gesamthöhe von einem Bitcoin auch für weniger ausgefüllt wird. Also es könnte dann zum Beispiel sein, dass du 0,0 noch was Bitcoin für 39.950 US-Dollar ausgefüllt bekommst. Umgekehrt macht eine Buy-Stop-Loss-Market-Order Sinn, wenn du mit Derivaten Short unterwegs bist und der Kurs jetzt entgegen deiner Einschätzung, entgegen deiner Erwartung plötzlich long geht und du möchtest dann die potenziellen Verluste auf der Oberseite verhindern, dann gibst du hier einen Preis ein, der über dem aktuellen Marktpreis liegt und dann verkaufst du Market zu diesem Wert, beziehungsweise dann wird deine Order platziert. Auch hier gilt das Gleiche mit der Volatilität. Es kann natürlich sein, dass deine Market-Order dann schlechter ausgeführt wird oder dass Teile sogar aber auch besser ausgeführt werden, je nachdem, wie der Preis dann in diesem Bereich hier schwankt. Jetzt gibt es noch die Stop-Loss-Limit-Orders. Diese benötigen einen Auslösepreis und einen Limit-Preis. Die Order ist nicht aktiv, sondern erst, wenn der Auslösepreis erreicht wird. Dann wird die Limit-Order, entweder als Buy-Limit-Order oder Sell-Limit-Order, je nachdem, ob man Long oder Short war, im Orderbuch platziert. Sie wird dann wie die bereits erwähnte Limit-Order behandelt. Kommen wir nach dem Schutz gegen zu hohe Verluste zur schönen Seite des Tradings und der Take-Profit-Order. Wird sie erreicht und ausgefüllt, wird ein Gewinn realisiert. Take-Profit-Order gibt es in zwei Varianten. Wir starten auch hier wieder mit der einfacheren Market-Order. Zum Beispiel sind wir Long, wollen deshalb verkaufen. Nehmen wir einmal an, wir haben darauf gewettet, dass Bitcoin auf 80.000 US-Dollar ansteigt. Wir sind Whole-Coiner, haben einen ganzen Bitcoin und wollen den verkaufen, sobald die 80.000 erreicht sind. Und dann wird unsere Order im Markt-Market platziert. Das heißt, wir kriegen nicht unbedingt die 80.000, sondern es kann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein. Jetzt umgekehrt nehmen wir an, wir sind in einem Short-Trade und gehen davon aus, dass Bitcoin nochmal auf 50.000 US-Dollar fällt. Wenn diese Preismarke erreicht wird, dann möchten wir unseren Gewinn realisieren, einen ganzen Bitcoin verkaufen und das machen wir mit dieser Take-Profit-Market-Order, wenn wir über ein Derivat zum Beispiel Short im Markt investiert sind. Dann die Take-Profit-Limit-Order. Die ist im Prinzip das Gegenstück zur Stop-Loss-Limit-Order. Wir geben auch hier wieder einen Auslöser ein, der die Order überhaupt erst im Order-Buch platziert. Dann geben wir ein Limit ein, zu dem wir verkaufen wollen und eine Menge. Und dann können wir hier unseren Take-Profit für einen Short-Trade realisieren. Umgekehrt können wir natürlich auch bei einem Long-Trade-Gewinn realisieren. Dann sehen wir hier noch die OCO-Order. OCO bedeutet, one cancels the other. Und hiermit kann man sich sowohl für einen Gewinn als auch für ein Verlust-Szenario aufstellen. Nehmen wir an, wir besitzen ein Bitcoin und möchten uns jetzt für ein Gewinn-Szenario aufstellen. Das ist hier mit Preis definiert. Wenn die 80.000 erreicht werden, wird unsere Order Market platziert. Oder aber nach unten, wenn der Preis zu stark fällt und wir sagen, das machen wir jetzt nicht mehr mit. Sobald einer dieser beiden Preise zuerst erreicht wird, wird die andere Order einfach gestrichen. Werden die 80.000 erreicht, verkaufen wir bei 80.000. Werden die 50.000 erreicht, verkaufen wir bei 50.000. Analog dazu können wir die OCO-Market-Order auch für einen Short-Trade einsetzen. Nehmen wir an, wir möchten einen Gewinn realisieren bei 40.000, möchten uns aber absichern bei 70.000. Dann können wir mit dieser OCO-Order beide Szenarien abdecken. Du kannst die OCO auch noch als Limit-Order nutzen hier, um zum Limit-Preis oder besser und nicht zum Marktpreis ausgeführt zu werden. Und einige der gerade genannten Order-Types, die könnt ihr noch mit gewissen Zusätzen spezifizieren. Das erste Kürzel, GTC, heißt Good Till Canceled und bedeutet, dass diese Order so lange aktiv bleibt, bis sie entweder komplett ausgefüllt wird oder bis du sie löscht. Passend dazu gibt es noch das GTD, was Good Till Date bedeutet. Hiermit gibst du der Order einfach ein zeitliches Verfallsdatum. FOK heißt Fill or Kill. Damit stellt man ein, dass eine Order entweder vollständig ausgefüllt wird oder, wenn das nicht möglich ist, dass sie dann gelöscht wird. Das kann dann passieren, wenn der Markt nicht gerade genug Anteile oder Stücke des gewünschten Assets zur Verfügung stellt. Je weniger liquider ein Asset oder ein Markt ist und je größer deine Order ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Order nicht komplett ausgefüllt wird. Dann haben wir noch IOC. IOC heißt Immediate or Cancel. Die Order muss demnach sofort ausgeführt oder gelöscht werden. Dann gibt es noch AON, das heißt All or None. Diese Order kann länger offen sein, bis sie eben komplett gefüllt ist. Wenn das nicht möglich ist, dann verfällt sie. Solange du aber nicht mit super hohem Volumen irgendwelche mega illiquiden Altcoins auf irgendwelchen skurrilen Dexes tradest, dann sollte die GTC, also die Good Till Cancel Order eigentlich in den meisten Fällen für dich ausreichend sein. Damit haben wir dir die wichtigsten Order Types beim Traden von Bitcoin und Kryptowährungen gezeigt. Nicht jede Kryptobörse hat immer alle davon im Angebot und manchmal variieren auch die Bezeichnungen in der Eingabemaske ein bisschen. Mach dich also vor deinem ersten Trade an deiner Kryptobörse gut vertraut mit den Order Types. Die meisten Kryptobörsen haben auch immer eine Hilfesektion, in der sie ihre Order Types erklären.